In-Haus-Hoch-Zwei Bietet tatsächlich mehr als eine normale Messe. Hier findet man genügend Zeit und Raum, um Dinge zu begreifen, anzufassen, zu workshoppen. Was diesmal natürlich auch toll ist, ist, dass die Textilleute dabei sind vom L-Shop, was der ganzen Sache natürlich nochmal ein breiteres Publikum gibt. Somit bilden wir hier erstmalig eine komplette Leistungsschau unserer beiden Unternehmen, Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft. Ich habe nie mehr so wie das vorhanden, so es ist toll, ein bisschen Personalität und Charme zu sehen. Die Location ist großartig, die Geschichte dieses Pläts. Ich lebe in den USA, also es ist nichts wie das, was wir noch nie gesehen haben. Ich denke, es gibt einen großen Charakter und ich denke, es sagt dir etwas über L-Shop. Ich habe eben noch zu ihm gesagt, wie cool tatsächlich die Halle ist. Das ist für mich ein absolut super Beispiel, um moderne Gerätschaften und wirklich hochentwickelte Technologien mit dem alten und historischen Kern des Ruhrgebiets natürlich auch verschmelzen zu lassen. Die Produkte stand out really well, because all of the stands are the same in uniform and very industrial. Hier müssen die Produkte die Hauptrolle spielen und das finde ich gut. Für uns war es ganz wichtig, hier eine Plattform zu schaffen, wo alle gleich behandelt werden und nicht dieses Wettrüsten hier veranstalten, wie es auf einer normalen Messe stattfindet. Darüber hinaus noch wollten wir uns einfach in die Location integrieren. Die Sicht auf die Halle sollte nicht genommen werden. Das Schöne ist natürlich, dass wir an dem Messestand den direkten Kontakt mit den Kunden haben. Dass wir eben auch zeigen können, pass auf, so sehen wir aus und so sind die Produkte. Auf anderen Messen ist das natürlich, da haben die wenig Zeit und hier nehmen sie sich Zeit und können auch vernünftig beraten. Und deshalb ist es für uns essentiell, bei so Geschichten wie jetzt der Inhouse 2 dabei zu sein. Catering ist auch nett organisiert, sodass man sich da auch treffen kann. Es ist ja schon einmalig, dass auf einer Hausmesse alle internationalen Vertreter da sind und auch Kunden aus dem Ausland kommen. Verrückt. Verrückt und fantastisch. Wir freuen uns, dass wir hier so eine tolle Messe organisiert haben in dem tollen Ambiente in der Jahrhunderthalle in Bochum. Ja, auch für mich motivieren, dass es mal raus aus dem Alltäglichen ist einfach was Besonderes. Der ganze Spirit ist cool. Die Leute sind total gut drauf und entspannt und man hat auch ein bisschen Platz. Hier kann man schön atmen. So macht es Spaß. Also wenn Leute kommen und man auch sein Wissen austauschen kann, ist es für alle toll. Gabler, A-Shop haben da wirklich schon eine Hausnummer gesetzt. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, hat sich für alle derartig bewährt, dass wir das in zwei Jahren wirklich genau so nochmal umsetzen werden. Definitely come back next year. Discover. Experience. Inspire. Communicate. Start. Ach.